So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke. Pupsi hat letztens was bestellt, irgendwo im Ausland, bei irgendwelchen K-Rahmen, wo es normalerweise Samyang-Nudeln gibt. Aber sie hat keine Samyang-Nudeln bestellt. Gut hat sie auch, aber sie hat auch noch irgendwelche Getränke bestellt. Was sie da genau bestellt hat, wollen wir uns jetzt angucken. Das ist im Unboxing schon mal kurz angesprochen worden. Heute wollen wir das testen. Ich werde aber nur immer einen kleinen Schluck nehmen, weil das ist ja nicht mir, das ist ja ihr. Ich soll jetzt aber mal testen, mal sagen, was ich davon halte. Und die zwei teilen sich dann den Rest. Ich habe das jetzt mal alles hier auf. Dieses Brettchen gestellt, dass wir das mal reinhalten. So sieht das dann ungefähr aus. Ich weiß nämlich selber nicht genau, was mich erwartet. Angefangen haben wir hier von Lotte. Lotte Milkies. Strawberry. Da ist eine Frucht, ein Strawberry Carbonated Drink. Milkies, da denke ich jetzt also, das ist wie ein Milchshake aus der Dose. Carbonated heißt ja eigentlich, dass es aber mit Kohlensäure ist. Milch mit Kohlensäure, mit einer Frau, mit einem Regenschirm, die wegfliegt. Das sieht auf jeden Fall sehr gefährlich aus. New Feeling of Soda Beverage. No Kaffeein, no Preservatifs, no Corn Sirup. Made in Korea. Das wollen wir jetzt zuerst aufmachen. Schüttelt man das? Schüttelt man das nicht? Bei Milch würde ich es ja schütteln, aber wenn es mit Kohlensäure ist, schütteln wir es lieber nicht, weil es einem sonst um die Ohren fliegt. Tun wir es trotzdem mal kurz. Milch setzt sich doch eigentlich ab, oder? So, ich denke, Milch setzt sich ab, aber Kohlensäure, naja, gut, lassen wir es einfach mal sein. Wir füllen das jetzt hier rein, gucken uns das an. Es sieht auf jeden Fall ein bisschen trüb aus. Könnte durch die Milch kommen. Ansonsten sieht es trotzdem sehr cremig und fruchtig aus. Hat auch hier eine schöne Schaumkrone obendrauf. Ein Milkies Strawberry von Lotte. Strawberry Carbonated Drink. Süß. Ich glaube, ich weiß jetzt schon, dass Pupsi wieder sagen wird, ii, ist das eklig. Das ist ja mit Kohlensäure. Mir macht das nichts aus. Ich finde, das hat trotzdem einen sehr leckeren Erdbeer, cremigen Milchgeschmack. Und durch die Kohlensäure, gerade wenn das gekühlt ist, prickelt das ein bisschen, aber ist irgendwie noch mal frischer. Schmeckt also mir ganz gut. Deswegen ziehe ich mir das jetzt hier ganz rein. Ich freue mich drauf, weil wir noch einen zweiten haben. Wir haben nämlich genau noch von Lotte Milkies Banana. Da ist halt auch wieder eine Frau drauf mit dem Schirm. Die fliegt weg. Und hier seht ihr noch eine Banane. New feeling of soda beverage. No caffeine, no preservatives, no corn syrup. Banana Carbonated Drink. Da wir ja ungefähr wissen, was es ist, machen wir es jetzt einfach auf. Es hat eine sehr süße, gelbliche Farbe. Es ist wieder total trüb. Wir füllen es uns hier ein. Es bildet sich wieder eine kleine Schaumkrone. Ach, sieht das nicht herrlich aus? Wir riechen mal kurz. Ich weiß nicht, Bananen Drinks, die irgendwie so ein bisschen wässrig sind oder naja. Das riecht immer alles so künstlich und chemisch. Eine Bananenmilch, beste. Bananen, richtig toll. Aber das, das riecht schon wieder, als würde es gegen Erdbeer komplett anstinken. Wir probieren trotzdem mal einen kleinen Schluck. Ja, also wenn Pupsi die Erdbeer überlebt und sagt, naja, so schlecht ist es jetzt doch gar nicht. Ich glaube, spätestens bei dem Bananen trinken sie raus. Das hat, weiß ich nicht. Das ist, das schmeckt einfach nur wie Bananenwasser, aber mit Kohlensäure. Während Erdbeer ja auch irgendwie noch schön cremig war. Warum ist das jetzt nicht cremig? Das ist doch eigentlich Bananenmilch. Da fehlt mir die cremige Note, also Banane würde ich nicht nochmal nehmen. Von Banane hat sich aber sogar zwei Dosen bestellt. So, kommen wir gleich mal hier rüber an die Seite. Hier haben wir nämlich eine rosane Dose. Da kann man nichts entziffern. Da seht ihr einen Pfirsich oder eine Nektarine oder Aprikose oder was auch immer das ist. In einer Kokosnuss drin, in einer Kokosschale, da steht Kokopallen. Und ansonsten kannst du nichts entziffern. Das hier hinten sind lauter kleine Würfelzuckerstücke oder was. Es ist alles japanisch hier drauf. Alles komplett. Weißt du nicht, was es ist. Wird also ein fruchtiger Kokosfrucht-Rektarinen-Drink sein, hoffe ich. Es sieht auf jeden Fall aus wie Kokoswasser, aber mit Kohlensäure. Wir füllen es uns wieder ein. Es ist wieder trüb. Es ist sämig. Es ist aber nicht milchig, oder? Es riecht eigentlich eher wie eine Limonade einfach. Eine Limonade, eine Pfirsich-Limonade mit vielleicht einem ganz kleinen Touch Kokos. Sieht auf jeden Fall speziell aus. Wir probieren. So, Kohlensäure schmeckt es jetzt gar nicht mehr. Es schmeckt eher wie eine Art Eistee. Wenn ich jetzt hier einen Pfirsich-Eistee trinke oder einen Mango-Eistee oder irgendwas anderes, schmeckt das eigentlich immer so richtig gut. Und das erinnert mich wie an einen guten, tropischen Pfirsich-Mango-Eistee. Von der Kokos habe ich jetzt irgendwie gar nichts geschmeckt. Ist auch nicht so süß. Also das ist bis jetzt mein Lieblingsgetränk, muss ich sagen. Diese komische, rosane Dose ist bestimmt Eistee. Ich weiß nicht, ob Pupsi weiß, was das alles ist. Aber ja, ziehen wir es kurz weg. Gucken wir zum nächsten. Er hat so eine ganz leicht herbe Note, die sich an der Zunge absetzt. Wie beim Eistee, von diesem Schwarztee-Extrakt im Nachhinein. Trotzdem sehr fruchtig und angenehm. Finde ich also gut. Nehmen wir gleich die nächste Dose, die daneben steht. Hier steht drauf, Taro Flavor Bubble Milk Tea Drink. Das soll also ein Bubble Drink sein. Bubble Milk Tea. Ihr kennt ja Bubble Tea, was Teegedränge sind, mit Bubbles drin. Und es gibt ja auch die Milchshakes mit Bubbles drin. Fand ich persönlich immer besser. Ich habe mir dann meistens so einen Apfel-Milchshake geholt mit Erdbeer-Bubbles drin. Das hat schwarze Beeren. Das wird jetzt hier Taiwan Classic steht da drauf. Ansonsten kannst du wieder nichts lesen. Ist das ein deutsches Etikett? Ne, doch, warte mal. Ne, ist ein englisches. Rico Bubble Milk Tea Drink Taro Flavor. Rico Bubble Milk Tea Boison Taro Sauveur. Rico mit Taro Geschmack. Was ist Taro? Ich meine, hier steht ja Taro Flavor. Taro ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Art fruchtige Beere. Wir machen es jetzt mal auf. Müsste auch milchig sein. Hoffentlich ohne Kohlensäure. Das hat irgendwie gezischt beim Öffnen. Sieht von oben aus, als hätten wir einen schönen Milchkaffee. Warum auch immer schön. Ich mag gar keinen Milchkaffee. So. Füllen wir jetzt hier ein. Und wenn da Bubbles drin sind, dann sind die wahrscheinlich alle unten in der Dose festgeklebt. Und ich habe gar keine. Oder ich weiß es nicht. Das sieht aus wie ein Milchkaffee. Boah, das riecht komplett nach Karamell. Karamell Popcorn mit Butter gesüßt. Kino Feeling aufdringlich aber. Das zum Trinken ist bestimmt mega speziell. Das topft wahrscheinlich sogar die Banane und ist noch schlimmer. Boah. Gut. Ich glaube, wenn Pupsi die Banane eklig fand, dann wird sie beim Taro Flavor Bubble Milk Tea Drink erst recht auf die Barrikaden gehen. Soll das so aussehen? Ist das überhaupt gut? Milch? Naja. Schmeckt halt. Schmeckt wie Holz. Sieht aus wie Holz. Und ist wahrscheinlich auch Holz. Ob da unten Bubbles drin sind, weiß ich nicht. Hätte ich es schütteln sollen, keine Ahnung. Aber wenn du so trinkst aus der Dose. Man kann ruhig mal probieren, wenn man sich die Dose an den Mund hält. Ob innen drin die Bubbles hochrutschen und dir gegen das Gesicht laufen. Und da bewegt sich irgendwie nichts. Es ist ein Milchdrink. Okay. Vielleicht hat es Taro Flavor. Es schmeckt. Mir schmeckt es leider überhaupt gar nicht. Also ich trinke es schnell aus. Bubbles habe ich auch nicht gemerkt, die da drin sind. Dass sich da was bewegt. Irgendwo musst du die Dose im Endeffekt aufschneiden. Reingucken, ob da Bubbles drin sind. Das ist wie irgendein Sahnelikör. Ein Sahnelikör, wo du dir sagst. Heute fülle ich alle ab. Dann haben wir als nächstes hier noch. Mogumogu. Strawberry flavored drink with nada de coco. Got it you. Da sind nämlich so richtig ganze Fruchtstücke drin, die da rumschwimmen. Da siehst du also extra, dass da was drin ist. Dann soll das also ein Erdbeergeschmack sein. Aber gleichzeitig steht da noch was. Oh hier. Limonade mit Erdbeergeschmack und nada de coco. Kokos Gel. Das ist also Kokos Gel, was da drin ist. Kokos und Erdbeer gemischt. Muss man das jetzt rummachen. Wenn es Limonade ist, hat das vielleicht Kohlensäure. So machen wir das jetzt mal hier auf. Der Deckel sieht auch gut aus. Da ist nämlich so ein Ding drauf. Das hat eine Wange und zwei Bäckchen. Das riecht total süß. Richtig nach Erdbeer. Okay. Füllen es hier ein. Ja. Da kommen auch ein paar Stückchen mit raus. Das finde ich sehr gut. Hatte nämlich die Befürchtung, dass ich jetzt gar nichts von den Stückchen abbekomme. Aber die sind damit rausgeschwommen. Halten es euch auch nochmal hier hin. Seht ihr das jetzt? Da ist was drin im Reagenzglas. Probieren wir mal. Hat was von diesen Aloe Vera Drinks, die es im Rewe immer gibt. Also das Erdbeerige. Okay, ist süß. Vielleicht manchen zu süß. Trotzdem ein bisschen wässrig. Kohlensäure hat es nicht. Obwohl hier steht Limonade. Limonade denke ich immer muss Kohlensäure sein. Aber hat keine Kohlensäure. Ist also wie ein Erdbeerwasser. Mit diesen Stückchen von dieser Frucht drin. Ist okay. Besser als der Bubble Milk Tea auf jeden Fall. Mein Favorit ist bis jetzt aber immer noch diese Dose. Das kommt aber dann auf Platz 2. Und doch, je mehr man davon trinkt, merkt man, dass es eigentlich ganz cool ist. Und dann haben wir noch diese komische Flasche, wo ich nicht wusste, was das sein soll. Das ist irgendwie so komisch zugemacht. Hier zeigen sie. Du machst das ab. Du teilst das. Dann steckst du was drauf. Und dann drückst du drauf. Zu welchem Zweck? Als wäre es ein Duftspray oder raumer Frischer. Vielleicht kann man es gar nicht trinken. Steht hier irgendwas deutsches. 89% Wasser. Zucker. Mais Sirup. Mit hohem Fruchtzugehalt. Lebensmittel. Säure. Hatakosen Ramune Strawberry Flavor. Was aber genau das ist, weiß ich nicht. Deswegen. Ich kann es euch noch mal zeigen. So sieht das also aus. Jetzt versuchen wir hier oben das Ding abzumachen. Hä? Jetzt ist eine Glasflasche übrig. Jetzt haben wir das hier abgemacht. Jetzt haben wir hier das Papier. Achso. Das ist. Das soll einfach nur zum zu. Zumachen sein. Zuziehen sein. Ich verstehe es immer deutlich. Die nehmen das raus. Die drücken das ab. Warte mal. Jetzt habe ich das rausgedrückt aus dieser Plastikhülle. Und das stopfen sie hier drauf, um das runter zu drücken. Aber wozu? Ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Einmal draufhauen mit Gewalt. Das war keine Gewalt. Das war gezögert. So. Moment. Ich will den Tisch nicht kaputt machen. Ich will den Tisch nicht kaputt machen. Okay. Das Auge hat sich reingedrückt, was da war. Das heißt, ihr habt jetzt hier drin eine Perle. Seht ihr das? Da ist jetzt hier diese Perle, die oben noch drin gesteckt hat. Die rollt jetzt hier hin und her. Jetzt habt ihr hier eine Art Minispiel und alles ist vollgesaut. Und das kann ich mir jetzt hier irgendwie einschenken. Und es sprudelt wie Sau. Also das hat auf jeden Fall Kohlensäure. Das hat auch eine richtig schöne Farbe. Sieht richtig genial aus. Und ich hoffe immer noch, dass das was zu trinken ist und nicht irgendein Raum erfrischer und ich gleich umfalle. Schmeckt aber auch wieder total gut. Babbig. Irgendwie künstlich süß. Mit direkt Faden-Nachgeschmack. Viel Kohlensäure. Mega wässrig. Fad. Künstlich süß. Nichts, was ich zur Erfrischung trinken würde. In einer richtig dummen Flasche. Die richtig komisch aufgeht. Jetzt habt ihr hier das alleine drin. Jetzt seht ihr, dass ihr das hier rumfliegt. Das ist sehr schön. Das kann man sich hinstellen. So als Minispiel. Aber irgendwie weiß ich nicht. Wer das erfunden hat. Jetzt dringe ich den Rest noch. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Komische, koreanische, besondere Drinks vom K-Ramen-Shop, die Pupsi bestellt hat. Bin ich mal gespannt, was die anderen dazu sagen. Habt ihr was davon schon mal gesehen, schon mal gehört? Für mich immer noch Platz 1. Diese Dose hier schmeckt wie Eistee. Platz 2. Dieses Mogu-Mogo mit den Fruchtstückchen drin. Dann würde ich sogar die Strawberry-Milch als nächstes setzen. Dann die Bananenmilch. Dann unsere Flasche mit der Kugel. Und das schlechteste und widerwärtigste war dieser Taro-Flavor Bubble-Milk-Tea-Drink. So. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Und bis zum nächsten Mal. So. Jetzt muss ich mich nochmal zurückmelden. Ich habe nämlich noch einen kleinen Gast hier, der denselben Geschmack hat wie ich. Denn das war eindeutig Platz 1. Auch bei Marie. Bei mir sowieso. Auf Platz 2 die Flasche mit den Fruchtstückchen drin. Bei ihr, genau wie bei mir, beziehungsweise sie waren beide sogar Platz 1. Was ich nicht wusste, hier sind auch Fruchtstücke drin. Die habe ich gar nicht bemerkt. Das scheint nämlich das zu sein, was hier auch am Rand angezeigt wird. Diese kleinen Brocken. Was eigentlich mit Fruchtstücken sein soll, wo ich aber nichts gemerkt habe, war dieser Bubble-Milk-Tea-Drink. Deswegen habe ich jetzt extra mal ein Glas genommen. Der hat nämlich niemanden geschmeckt. Da wollen wir den Rest hier einfüllen, dass ihr seht, dass da so Hasenboller drin sind. Die halt in der Dose festgeklebt haben. Und weiß ich nicht. Wenn der ganze Trink schon nicht schmeckt und eklig ist, dann will man bestimmt auch nicht diese komischen Boller haben. So. Da ist immer noch was drin. Na? Wo ist er? Das ja. So, jetzt ist nichts mehr. Seht ihr das? Das sieht aus wie Frühstücksflakes und Cornflakes hast. Und hast noch so, ähm, ja, den Rest in der Milch rumschwimmen. Aber das ist eklig. Das will keiner. Das ist total. Am liebsten würde ich jetzt vor den Balkon schütten. Aber das dürfen wir nicht machen, falls jemand vorbeiläuft. Das ist deins. Das gebe ich dir jetzt. Das kannst du trinken. Das passt auch zu deinem Outfit. Und ja, mal gucken, wann Bub sie das nächste Mal was bestellt. Und ob sie wieder irgendwelche exotischen Getränke nimmt. Gefühlt hat ihr selbst nämlich keins davon geschmeckt. Selbst die Milchs fand es ihr auch total schlimm. Hat so gesagt, könnt ihr alles trinken. Braucht man nix. What hast du? Ich hab gesagt, dass wir das nächstes Mal davon hier das da und diese Flasche nochmal bestellen. Ach Quatsch. Eins für dich. Das, das was wir kennen, das brauchen wir doch nicht nochmal. Es gibt so viel zu entdecken. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses. Und euer Marieschen. So. Euer Ramses.